die leute mark hier von billet total heute wieder ein video zum thema radfahren im alltag radfahren in der kalt nassen jahreszeit also herbst winter frühjahr wenn es doch mehr regen gibt und die verhältnisse nicht immer so einladen sind als wenn die sonne schön scheint als trocken ist ja viele kennen das die leidenschaft des radfahren ist groß oder bedarf ist einfach darf jetzt vielleicht in zeiten von corona dass man nicht in den bus will dann die bahn oder generell ist man halt mehr weg vom auto will mehr hin zum radfahren da ist halt der innere schweinehund schon da aber man sagt immer so schön es gibt kein schlechtes wetter nur schlechte klamotten das muss man jetzt nicht so sehen aber die machen auf jeden fall wirklich einen großen unterschied weil wenn man da was gutes für sich gefunden hat und merkt das funktioniert im alltag dann kann dann auch der regen nicht so viel ausmachen die erfahrung zeigt ja sehr selten dass es den ganzen tag nur regnet ist meistens so dass mal regnet mal nicht und wenn man die gute beleidigung dabei hat dann kommt man durch die schauer durch oder durch die schlechten tage und ich möchte mal an meinem beispiel zeigen was man da so machen kann ihr seht mich jetzt hier stehen mit meinem alltagsfahrrad was ich wirklich seit über zehn jahren jeden tag fahre also da gab es noch einige regentage bei und ich fange jetzt mal unten an da gibt es verschiedene varianten ich zeige euch wie gesagt heute mal meine auswahl und zwar anstatt wasserdichte schuhe zu nehmen variiert natürlich je nachdem ob man ins büro fährt ob man noch ersatzschuhe dort stehen hat und so weiter wie es aussieht ich habe in der regel normale schuhe an und ziehe aber wasserdichte socken seht ihr hier von gore verlinke ich auch unten unter das video mal die ziehe ich über meine normalen socken ja und dann bleiben die füße schön trocken und warm ich mache es auch beim mountainbiken also wirklich mein tipp weil die schuhe halten halt in der regel dann irgendwann doch nicht mehr dicht irgendwann läuft das wasser dann von oben rein oder so aber das kann man wirklich kombination mit der regenhose machen dass die füße trocken bleiben hat mich sehr überzeugt ziemlich praktisches produkt und mir gefällt es auch besser als überschuhe überschuhe zieht man über die schuhe und hat dann unten immer so eine lasche und die geht an den pedalen geht die halt kaputt wenn man halt mit berntatzen oder flatpedalen fährt dann wird diese lasche unten irgendwann einfach abgenutzt deswegen bin ich von überschuhen nicht überzeugt dann lieber wasserdichte socken gehen wir einen schritt nach oben also zu den beinen in der regel trägt man ja entweder eine funktionshose oder halt eine jeans je nachdem ob man in der stadt unterwegs ist oder was man so ein equipment hat und ich habe jetzt hier eine normale jeans an weil ich habe auch nicht lust mich immer umzuziehen hier jetzt als beispiel die rain legs verlinke ich mal das video unten da habe ich extra video zu gemacht meine erfahrungen und meine empfehlungen dazu und dass wenn es so schauriges wetter ist und nur so ein bisschen regnet und wenn es natürlich die ganze zeit nur regnet und die straße ist auch so und das und es spritzt von unten und von allen seiten dann macht natürlich die regenhose sinn die kriegt man hat auch entweder für sportliche variante oder für den alltag da bleibt man dann abend gesäß und den beinen überall trocken das macht sinn wenn man wirklich sehr nasse tage hat wo es viel regnet alles nass ist wenn man jetzt weiter hoch geht hat man natürlich eine regenjacke ich habe jetzt eine aus dem mountainbike bereich von rona die auf jeden fall sehr gut funktioniert leider nicht preisgünstig ich habe hier als absolute schnäppchen bekommen aber ich kann nicht sagen wenn ihr die kombination aus relativ atmungsaktiv aber auf jeden fall wasserdicht und sehr praktisch von den funktionen er haben wollt dann sollte man nicht irgendwie sag ich mal im einkaufsladen eine ganz günstige regenjacke fahrrad nehmen sondern eine die auf jeden fall funktional ist und natürlich dann im budget etwas höher angesetzt ist sehr praktisch ist halt dass man viele taschen hat sehr gutes wasserdichtes atmungsaktives material man kann hier auch noch die hände schützen wenn es so ein bisschen kalt kälter ist aber man noch nicht mit handschuhen fährt viele klettverschlüsse dass man alles anpassen kann viele reiferschlüsse qualitativ ich war jetzt auch zwei jahre hat mich auch bisher sehr überzeugt und man findet dann raus wie viel schichten muss man noch drunter haben ist relativ warm die jacke aber wenn es richtig kalt ist muss man sich ganz gut drunter ski unterhemd funktionsunterwäsche trikots weil es ist natürlich keine reine winterjacke natürlich ist es jetzt in der kalten und nassen jahreszeit wo die tage sehr kurz sind auch wichtig im dunkeln gut sichtbar zu sein um das risiko zu vermindern dass seine autos oder lkw seit einem überhaupt nicht sehen deswegen macht natürlich dass mit der reflektierten bekleidung viel sinn gibt es viele dinge die man machen kann am helm an den klamotten man kann auch über die regenjacke wie ich das hier habe die habe ich immer in meinem fahrrad in der fahrradtasche einfach so eine warnweste kriegt man im fahrradladen oder halt im arbeiterbereich ja dann hat man hier die reflektionsstreifen wird man auf jeden fall deutlich besser gesehen und auch wenn es vielleicht für manche ungewohnt ist weil es nicht so mega stylisch ist oder modisch macht auf jeden fall sinn das kann leben retten und deswegen immer dabei die passende warnweste manche fahren auch in der arbeiterjacke also eine dickere mit orange farbe und viele reflektionsstreifen weil es natürlich wenn man einen beruf das braucht dann lässt sich auch gut aufs radfahren übernehmen kann ich auf jeden fall auch empfohlen in den kälteren tagen ein vorteil ist dass man diese jacke auch mit helm und kapuze fahren kann wenn man jetzt das nicht über einen tuch unter dem helm hat weil es vielleicht nicht passt oder nicht angenehm ist dann kann man die kapuze drüber ziehen und hat trotzdem noch bewegungsfreiheit und kann auch noch fahren was dann nicht mehr so gut funktioniert ist meiner meinung nach die sicht dass man so mit der kapuze so ein bisschen scheuklappenblick man sieht nicht mehr so gut links rechts da muss man wirklich immer den kopf so drehen dass man doch noch alles sieht was seitlich und hinter einem passiert ja und dann hat man halt die kombi über den hellen die kapuze das finde ich ein sehr sinnvolles feature weil viele jacken einfach da viel zu eng sind dass man mit helm gar nicht damit fahren kann dabei ist nämlich auch das kinn und teil vom gesicht abgedeckt auf jeden fall sehr sehr schön ja da bin ich auch schon von der jacke natürlich zum kopf es gibt manche helme wo man über den helm noch einen überzug machen kann man kann sie auch so überzüge noch extra kaufen oder es bietet der hersteller das natürlich auch eine praktische geschichte auch in signalfarben wieder ich habe jetzt die jacke die das schon hat und meistens bin ich so am schwitzen dass mich so ein bisschen wasser was durch den hellen kopf nicht stört dass ich die kapuze oft gar nicht erst anziehe wenn es nicht extrem hart regnet ja da muss jeder für sich entscheiden was da die optimale version ist wichtig ist dass man noch gut gucken kann und in der bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt ist ja jetzt könnte man sagen was mit der hand mit den händen handwärmer das kommt eigentlich aus alaska aber zb in holland wo die leute auch jeden tag fahrrad fahren im winter sind die dinge auch schon weiter verbreitet ja sind extrem praktisch weil anstatt jetzt irgendwie handschuhe für extrem viel geld zu kaufen die irgendwo noch wasserdicht sind dann wird aber schon schwierig hat man halt diese handwärmer die man über den lenker zieht ich mache ich das mal vor dann kann man die fixieren und dann geht man mit der hand von außen rein und kann hier noch kann hier noch den reiferschluss zu machen und dann hat man die hand im warmen flauschigen bike pogi je nach temperaturen fährt man ohne handschuhe wenn es richtig kalt ist dann auch unter den pogis mit handschuhen ja und das ist auf jeden fall sehr angenehm weil das hauptproblem bei winter und herbst für die hände ist die kälte durch den wind also der fahrtwind macht erst richtig kalt und der kommt hier nicht durch deswegen kann man wie gesagt bei winter temperaturen mit dünnen haben schon drunter fahren man hat ein besseres gefühl am griff als wenn man so richtig dicke handschuhe hat mit drei fingern oder diese winter handschuhe wo man einfach dann wirklich auch nicht mehr so ein direktes gefühl am griff hat ich bin großer fan davon sehr praktisch und was sehr schönes hier drin ist so ein futter ganz ganz knurren ganz ganz warm und kuschelig und das ganze teil ist aus recycelten pet flaschen produziert in europa das finde ich durch mega gut also auch ein nachhaltiges produkt und es funktioniert so gut ich mache jetzt mal den zweiten hier dran auch da wo die bremse ist muss man das so rüber führen vorne zu machen und dann mit der hand rein schalten bremsen funktioniert alles genauso was man natürlich hat man sieht nicht wenn man eine anzeige hat den gang aber dann hat man das mit schnellem gefühl das ist gar kein problem und es fühlt sich sehr sehr angenehm warm an und der wind bleibt draußen und auch vor nässe schützt es jetzt kommt immer die frage wie ist denn das bei stürzen also ich hoffe natürlich dass ihr nicht stürzt dass ich nicht stürze aber ich hatte doch schon ein paar stürze hier damit im winter auf schnee und auch sonst und ich bin immer rausgekommen also ich war nie irgendwie da drin festhängen und quasi dann weiter zwanghaft mit dem bike verbunden sondern wenn ich gestürzt bin konnte ich mich von dem rad lösen also das ist überhaupt kein thema da braucht ihr keine angst haben dass man irgendwie daran fest hängt weil der reiferschluss der öffnet sich dann und man kann sehr sicher sein bei herbstlichen temperaturen fahre ich die bike pogies die wie gesagt in holland und in der nordsee schon häufiger gesehen habe ohne handschuhe weil das wird einem so warm da fährst du einen kleinen hügel hoch und du merkst den händen alles ist so warm dass du kuschelig hier in den bike pogies bei kälteren temperaturen ziehe ich darunter noch handschuhe an in dem fall jetzt super light handschuhe von schieber auch wieder für so ein direktes gefühl am lenker dass ich nicht um das gefühl habe ich muss einen mega dicken handschuhe wo ich den griff nicht mehr gut fühle tragen ja und das harmoniert auch super dass man quasi dünne handschuhe in kombination mit den bike pogies fährt jetzt ist immer das thema wie ist das mit der optik also manche finden die dinge echt so hässlich dass sie sich nie ans rad machen würden ich finde die gar nicht so hässlich mich stören sie nicht und da bewegt einfach so der praxis nutzen aber für alle leute die sagen ich möchte alles irgendwie schön gestylt am fahrrad ich habe sie jetzt in schwarz genommen aber man kann die mit allen farben und allen mustern haben wenn man ein pinkes fahrrad hat kann man auch die in pink nehmen die gibt es wirklich in allen farben und ja sehr vernünftig gute sache auf jeden fall ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr die pogies interessant findet oder ob euch die eher abschrecken vorteile wie gesagt wasserdicht winddicht und man kann halt den griff gut greifen ohne dass man so mega dicke handschuhe hat den nachteil dass man da drin hängen bleibt hatte ich bisher noch nicht ich kam immer gut raus und bin da sehr begeistert von diesem produkt was sogar noch umweltfreundlich ist weil recycelt wir sehen uns im nächsten video ich freue mich